Ich habe heute und gestern drei Mal in Folge gewonnen. Bei vierten Spiel habe ich gegen Cheetah gespielt. Ja man, immer so oft Cheetah ausreden, man. Wir gewonnen, aber wir haben dreimal hintereinander gewonnen, weißt? Dann vierte, es kommt jedes Mal Cheetah, man. Jetzt schaffe ich mit euch dreimal in Folge. CC gibt es extrem viele Cheetah. Bruder, aber kann man sich nicht melden oder was? Kann sie melden, aber sie machen sich einfach mal... Ein Helikopter, ein Helikopter. Machen wir wieder selbe. Oder na, die Chöre können wir jetzt so fliegen. Oder egal, scheiße, Helikopter. Opa, da fliegen schon welche, Mann. Na, passt schon, passt schon, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn, Burschen, ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn, oh mein Gott. Bruder, 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 tötet sie Bruder. Ich habe zwei gekeamed, die sind unten, die sind unten. Die sind unten, Tötet, Tötet. Ich habe zwei Leute getötet, ich habe zwei Leute getötet, ich habe zwei Leute getötet, ich habe schon zwei Kissen, ich muss nichts mehr machen, ich muss nichts mehr machen, das ist so richtig, wir fliegen drüben, wir werden ganze Runde jetzt unser Leben schielen, wir werden Missionen machen, wir werden, schau mal, ich hole noch zwei Kissen, bruder nicht wirklich, Toro jetzt, Bruder, wenn das jetzt passiert erst töte sie ihn, töte sie ihn, töte sie ihn, töte sie ihn Bruder, Sie haben einen, Bruder, Sie haben einen, Schatz, hier zwei Leute oben, siehst du Da ist noch ein Fehl protecting, oben bei uns, oben bei uns, oben bei uns, Blu, da ist na, so wie andere, ein Glück, ich habe ihn getroffen, schifies Ja weg, ja weg, ja weg, ja weg, schau mal hier oben, wie es da aussieht. Delikant, Mann. Ärger am Friesen kommt. Soll ich Drohne aktivieren? Nein, 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 nein. Von wo hast du Drohne, Alter? Bruder, in diese rote Kiste, wo wir gelandet sind. Ich hab's aufgehoben. Du hast diese Kiste gelootet? Bruder, ich geh in die Helle rein, ich töte zwei Leute mit Rotwäufeln. Am besten diese Mission zuerst. Okay, passt. Zwei Leute können da oben gleich raus springen und looten. Da gibt's überall Loot auf diese Dinger. Ja. Opa, du bist da oben geflogen. Oh, fuck, Mann! Dann loote, dann loote woanders. Loote rundherum, da ist auch genug Loot. Ja, ja. Ich werde fliegen. Ich werde diese Mission annehmen. Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Plünderungs Mission. Aber loot jetzt einfach. Ich mach das schon. Okay, passt. Ganz unten, ich geh dabei ganz runter. Was? Ich geh unten, ich geh nicht. Ich wollte dir was sagen. Und sag's mir gleich, falls die Gegner sind, okay? Äh, ich hab Klusterschlag und Drohne, Bruder. Einer soll Drohne aufheben, wenigstens. Ja, Mann. Wo ist? Ja. Ich versuche es. Benutze sie, benutze sie einfach. Benutze die Drohne, benutze sie drauf. Ja, ja. Komm, schau mal ob die Gegner das nimmt, weißt? Dann sind wir gleich safe. Wer wünscht die Drohne, ist denn der Luft? Easy, Bruder. Niemand. Äh, kann einer von euch die nächste... Bei jemandem? Marco, bei dir, oder? Marco, bei dir ist die nächste Mission, diese gelbe. Diese, Bro. Ich sehe das Objekt. Bro, was sind das für scheiß Waffen hier, Mann? Erst? Geil, wir holen einen Elo dort. Wir holen einen Elo dort. Wir holen einen Elo dort. Die nächste Mission. Das ich dabei... Äh, jemand muss die Mission fertig machen, Burschen. Kann ich diese nächste Mission auch annehmen, weil hier ist auch... Ah, Marco, bei dir... Einer muss hier, einer muss hier hin. Ich sehe das Objekt. Einer muss hier draufklettern auf der Seite. Oder warte, ich komme hoch, ich komme hoch. Nein, eigentlich. Passt noch. Nein, eigentlich. Passt noch. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Leg das Geld hin, ich mache schon. Ihr kriegt noch mehr Geld jetzt, Bruder. Alle Vorratskisten gefunden, Alter. Kauf mal ein Apartment. Kauf mal ein Apartment. Kauf mal ein Apartment. Marihilze. Was? Wir haben... 30.000. Äh, Bas, du kannst dir noch Self-Rest kaufen, Vasili. Hier ist noch Geld für Geld. Ja, der... Äh, das weiß ich, Alter. Da, hier. Reste... Reste Geld habt ihr immer. Da, Geld. Hier ist drüben. Nein, die Kaufpanzer... Munitionskiste. Wäre nicht schlecht, oder? Oder egal, ich such noch weiter. Vielleicht finden wir Munitionskiste. Passt du. Was? Wieso machen wir nicht das, Alter? Was, was, was? Ja. Aber ich habe zwei. Okay, drop, drop diese. Drop diese drei. Ich kann nur eine, Mann. Jetzt nehmen Amo. Aber, Bruder, bei mir passt nur drei bei dieser Rocket Launch rein. Okay, passt. Ich habe... Ich habe Strayla P. Okay, Lama. Ähm... Einfach noch Drohne kaufen, oder? Nein, wir haben kein Geld. Ich gehe schnell runter, nehme diese Mission, weil die ist... Ohja, wir können... Ja. Unten kann man looten. Hast du unten alles gelootet? Ohja, wir haben genau genug Geld für Drohne. Eine Drohne. Kommt her, kommt her. Kommt her, kommt her. Kommt her. Dann hat er gleich genug Geld wegen dieser Mission. Ich nehme... Egal, egal. Oder nehmen wir Kopfgeld dann. Ja, warte. Nein, nein. Zuerst diese Mission und dann... Passt. Dann nehmen wir Kopfgeld, weißt? Dann fliegen wir mit Heli. Töten wir das Kopfgeld. Und dann fliegen wir wieder zurück und holen die anderen Kopfgelder. Weil hier sind vier Stück, Bruder. Die gehen jetzt auf die Hand. Ach, sieh, ich habe mich verstanden. Alter, wir machen mal das. Warte mal, weil diese Zone... Das ist Endzone, weißt? Prison wird Endzone sein. Hör auf, Mann. Na sicher, schau dir mal Zone an. Es geht genau in Prison. Bruder, ich habe noch einen Klusterschlag gefunden. Nimm's. Sehr gut. Okay, Bruder, die Zone... Mach diese Mission. Ja... Bro, einer soll Klusterschlag nehmen, weil ich habe schon eins. Marco, komm. Marco, hast du was anderes gehabt? Äh, denkst du nicht, kaufe eine Drohne. Kaufe eine Drohne und wir spielen immer mit Clusters-Frag. Clusters-Frag ist so geil, Mann. Das ist mein Geld, Schatz. Nimm's. Na gut. Was noch? Was nehmen wir noch? Was nehmen wir noch? Kopfgeld jetzt. Geht's los, oder? Leute, wenn ich sage, raus Troppen aus Heli, dann sofort raus. Okay? Okay, passt, passt. Also gleich dann raus springen. Weil wenn der Heli zu weit am Boden ist und ihn nicht... ...falls wir beschossen werden... ...und... ...der Raketen-Erfassung ist... ...und... ...der Raketen-Erfassung ist... Bruder, der Headset ist kaputt. Ey, ich hab... Ich hab 6700. Jetzt sind wir richtig auf und so. Ja, ja, geh die Drohne kaufen. Geh Drohne kaufen, geh Drohne kaufen, Schatz. Ey, Auslieferungskiste kommt. Ich bin unterwegs. Ja, können wir gleich holen. Geh Drohne kaufen, geh Drohne kaufen. Ja, nur du und ich kaufe Drohne, sie haben Cluster-Strike, Mann. Arthur, 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 Arthur hat genug Geld. Arthur hat Cluster... Arthur hat Cluster-Strike, Mann. Arthur hat Cluster-Strike, Mann. Arthur hat Cluster-Strike. Also gib mir Geld. Ich hab gar nichts. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Warte, komm. Ich kaufe mir einmal Drohne. Ich kaufe die Drohne. Auf. Auf Drohne, wir beide haben Drohnen. Und wenn wir in der Nähe sind von der Bounty, dann mach deine Drohne an, okay? Weil ich bin der Fahrer. Ich kann, ich kann keine Drohne annehmen. Ja, ja, ja. Hey, die sind ziemlich close. Wir könnten probieren. Die kommen zu uns, Bruder. Die kommen zu uns. Warte, warte, warte. Ja, kann sein. Nein, okay, dann kommt's mit, kommt's mit. Nicht hin. Fliegen wir da rauf, fliegen wir da rauf. Nein, 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 warte. Dann wissen Sie, dass wir da sind. Wenn Sie zu uns kommen, Sie kommen zu uns, Bruder. Kommt's mit, schnell, schnell, schnell. Alle, alle zu uns. Was ist das? Kommt's mit, wir verstecken uns hier. Wir verstecken uns hier. Bruder, was ist das für ein Sie denn gerade? Wenn Sie wirklich reinkommen, kriegt man Ihr Leben. Keine Ahnung, Mann. Aber Sie bewegen sich nicht. Okay, jetzt geht's. Zwei Leute stellen sich hier hin. Zwei Leute hier hin. Zwei Leute hier hin. Und zwei bleiben hier. Pass, geh du mit ihm, wir bleiben hier. Aber Sie bewegen sich nicht, warte. Was? Wo sind Sie? Bruder, hier, siehst du Kopfgeld auf Karte? Ich geh. Erstens mach Drohne. Ich mach Drohne. Okay. Probier mal jetzt wirklich auf richtig Hand. Geh mal Heli und schick mal sie. Arthur! Arthur! Wohin? Kommt's kommt. Geh mal Heli und schick mal sie. Hast du Drohne angemacht? Noch nicht, oder? Noch nicht. Okay, pass, mach sie dann an, wenn ich dir jetzt sage. Ich werde schieben. Kommt, kommts, kommts. Die schick mal. Nein. Jetzt, jetzt, jetzt. Drohne. Drohne. Wir springen alle auf das Haus. Alle auf das Haus. Alle auf das Haus. Alle auf das Haus. Einen hat die Schick weg. Ich habe die Schick weg. Das war naja. Fass, Mann. Fass ist es. Was heilt dich? Was heilt dich? Ich bin nicht links da. Was heilt mich oder? Wie geht das? Ich weiß es nicht Bruder. Ich hab 3 Leute, ich bin direkt. Ich hab einen knocked, ich hab einen knocked. Ich komm gleich zu dir Vasily. Ich bin weg, ich bin weg. Heilt dich, heilt dich Vasily. Einer ist nach oben. Ist K.O. 2 Leute K.O. Dritter schießt auf mich. Lauf drauf, Lauf drauf. Lauf drauf, Pass. Ah, fuck man. Ich hab noch... 3 Leute K.O. Einer nach oben. Er läuft rein bei mir. Ich hab einen K.O. Ich lobe mich noch. Ok, ok, ok. Ja, ist oben, jetzt bringen wir runter. Alle tot, alle tot. Sehr gut, wir werden nur aufgelenkt. Ja, ich war da. Bounty lebt noch, Bounty lebt noch. Da muss noch einer leben. Bounty lebt noch. Ich weiß es wo ich, Bounty lebt noch Leute. Einer muss leben, einer muss leben. Kann das sein? Vielleicht am Dach? Ja. Suckaar. Kommt, ich kaufe dich gleich zurück, kein Problem. Das war kein Problem. Bruder, wie kann das sein? Hat jemand viel bekommen gerade? Na? Kopfgeld wieder ausgeschaltet. Na fertig, musst du auch nicht fertig. Ja, aber ich hab dir Geld bekommen gerade, Mann. Ja, ja, aber wir haben nicht so viel bekommen. Wir haben ihn nicht ausgeschaltet, das ist ja das K.O. Bruder, kauft mich hier gleich frei, Bruder, ich bin unten. Ich hab dich gekauft, ich hab dich gekauft. Ich komm schnell meine Munition holen, bleibt flott, kurz. Ja, ja, kauft alles. Lebt hier noch einer oder nicht? Na, Bruder, alle tot, Mann. Okay, okay, okay. Auf Schensorfeld zeigt mir auch keiner. Das Problem ist, weißt du, was ich verstehe? Das Kopfgeld wurde weggeschnappt. Das bedeutet, jemand anderer hat ihn getötet. Das verstehe ich nicht. Oh, das hat einen Hänger. Ja, okay, das kann sein, vielleicht. Ja, das kann sein, das kann sein. Ja, das kann sein. Aber, dass er so Angst hatte, Bruder. Ich hab sie durch Wände abgeschossen, dieser eine hat reingeschaltet. Er so, why this fucking wallhacker, weißt? Er schreit, obwohl ich nicht mal wohl gehackt hab, Mann. Ich bin kein Cheat. Du Opfer. Leute, wir müssen zurück zu unserer Prison. Wir müssen zurück zu unserer Prison. Warte. Oh, da ist noch Drohne. Aha. Geh auf zur Prison. Geh auf zur Prison. Ihr braucht Self-Rest, Burschen. Kauft euch Self-Revive. Kommt schnell hier zum Weiß-Store. Kauft euch Self-Revive. Warte, hab ich oder mich? Bruder, das hat sehr nichts genutzt von euch. Ja, ich hab kaufen. Ja, besser ist, wenn einer... Vasily konnte sich retten, weißt du? Und er konnte mir dann helfen. Okay, pass. Geh auf zur Prison, bevor er kommt. Marco, kipp ab, kipp ab, Geld. Fahr mal mit Auto? Und kauft dir dann Self-Revive. Und kauft dir dann Self-Revive. Ja, ja. Kauft dir Self-Revive. Nein, ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab gekauft. Geh mal, geh mal, geh mal. Äh, Bas, heil dich. Hast du nichts zum Heilen? Nein, ich hab keine Panzerplatte mehr. Warte, hier, nimm zwei. Hier, nimm zwei. Hier, nimm zwei. Nein, fahr, 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 fahr. Ich hab dich gedroppt. Nimm, Bruder. Warte. Du bist Pfarrer. Fahr einfach Prison wieder. Hey, warte zum mich. Ah, er ist alleine. Warte. Ich dachte, er ist eingestimmt. Ich bevorzugen würde. Nein. Leute, wir fahren zuerst dahin. Marco, fahr zuerst dahin, okay? Wir holen jetzt alle Ghosts. Fahr jetzt, fahr jetzt links. Das ist unser Loadout da drinnen, gell? Bleiben wir da, bleiben wir da, bleiben wir da. Ey, aber wir brauchen Ghostburschen. Wir müssen Ghostburschen. Ey, da ist jemand. Oh, da ist wer. Beim Heli. Ja, 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 ja. Er ist neben dem Heli. Der ist hier oben, glaub ich. Erst, diese Wichser wollen uns nennen. Warte, ich mach Cluster Strike auf ihn. Verbündeter Cluster Schlag näher. Ich hab Cluster Strike gemacht. Der wird gleich sterben. Wurschen, zwei Leute bleiben hier. Einer wird uns vermissen. Was? Was? Komm mit mir mit. Komm. Ah, ich hab... Na, Bruder. Ich dachte, man kann hier rauchen. Er ist drinnen, Mann. Er ist drinnen. Ja. Ich hab uns ein Helikopter zerstört, Bruder. Ich bin behindert, Mann. Egal jetzt. Heli ist tot, Bruder. Nein, wir müssen hier irgendwie rauf. Der ist alleine. Fick mal sein Leben. Warte. Mach mal Kopfgeld an und dann sehen wir. 6600 kriegen wir. Soll ich auch machen? Aber das kann. Das ist vielleicht ein anderer. Na, es ist fix er. Komm. Das ist wirklich lustig, Mann. Ah, scheiße. Ja, egal. Aber die sind doch in der Nähe. Der ist alleine, Mann. Geh jetzt alle rauf, Mann. Schick mal. Ja, wir müssen jetzt hier alle oben spielen. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Hier ist einer. Ich hab den Schildstrack. Ich geh. Hier. Leute, wir müssen rauf. Kommt alle zu mir. Kommt alle zu mir. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Alles gut. 3 Leute links, 2 Leute rechts. Marco komm auch. Oder geh mit Bass. Kannst du rauf? Ich komm mich rauf. Ich komm mich rauf. Auf Kisten müsst ihr rauf, Mann. Schau, schau. Vasily hier drin. Hier drin. Komm mit. Bruder. Da rennen welche. Alles gut. Wir müssen einfach rauf. Wir müssen auf diese 4 Power. Wir gehen alle da rauf, okay? Da ist landet einer in der Mitte. Landet einer. Ja, ja, ja. Töten wir den. Töten wir den. Töten wir den. Okay, egal. Töten wir den. Komm mit, komm mit, komm mit. Was ist? Marco, hast du ihn? Ja. Macht nix, macht nix, macht nix. Okay, wir sind jetzt alle zirka zusammen. Hier rauf. Wir müssen hier rauf. Da ist ein Team. Komm zu mir, Busch. Komm zu mir. Ich komm, ich komm, ich komme. Bleib. Wie geht man rauf, Mann? Komm, 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 komm. Äh, ich hab auch schon vergessen, aber ich wette. Bruder, hier rauf, hier rauf, hier rauf. Da ist ein Gegner, Bruder! Ich ficke seine Mutter. Oh. Er war alleine, er war alleine, Bruder. Er war alleine. Das war der da. Das war der da. Ja, ja, aber da sind noch Leute. Da sind noch Leute da oben. Komm zu mir. Passt auf, hier die Leute hoch. Alle zusammen. Go, 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 go. Hat einer Drohne nah, gell? Na, Bruder. Bruder, man kann nicht drauf. Bruder, jeder wartet, wartet, wartet. Oh ja, hier kann man rauf. Wo bist du? Hier ist Leiter, Bruder. Busch. Warte, warte. Passt auf. Hier auf diese Power. Ist hier keiner? Siehst du jemanden, Marco, auf diese Power? Ich bin in der Nähe. Oh, Kovskent ist drinnen, Bruder. Das ist der da, Mann. Ja, ja, das ist... Er läuft, er läuft. Genau da. Ich habe einen Falschschimpf gekriegt. Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Marco, komm mit mir mit. Marco, komm mit, komm mit. Wir fliegen jetzt mit Falschschimpf zu diese Leute. Komm, wir fliegen hier hin. Komm, komm, komm. Einfach auf diese Dings bleiben. Und dann ficken wir ihn von Seite. Wir sind zusammen. Ihr bleibt dort oben, okay? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn noch? Nein, er ist hinter dem grünen Markierten. Er ist noch nicht runtergegangen. Vasili, hilf, Bas, dass er rauskommt. Er ist hier. Er geht die Treppen hoch. Er geht die Treppen hoch. Einer los, einer links, Marco, Marco. Schade, 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 schade. Hör auf, Bruder. Bruder, Marco, self-fress. Marco, self-fress. Ja, aber ich weiß nicht, dass du dich schaffst. Ich schick mein Leben nachher, Mann. Ja, ich self-fress, ich self-fress. Ich suche diese Scheiss, Mann. Pass auf, ich hab' zwei Tote. Ich hab' zwei Tote. Wir müssen, ich hol' gleich Marco zurück. Ich hol' gleich Marco zurück. Ich hol' ihn gleich. Ich hol' Marco zurück, ich spring' runter. Bruder, Marco, hast du gesehen? Ich hab' selbst, ich hab' mich selbst wiederbelebt. Und er hat seinen Freund wiederbelebt, Bruder. Und ich hab' ihn getötet. Er hat mich schon getötet. Bruder, Mann. Er ist so'n Opfer, Bruder. Bruder. Ich hol' ihn zurück, Marco. Marco, geh' gleich wieder dort raus. Marco, nimm deine Sachen, okay? Ich komm' zu dir da raus. Ich hab' diese Grüne markiert. Okay? Hey, geh' mal in die Zone langsam. Geh' mal in die Zone. Ja, ja, wir müssen... Bruder, der ist da unten. Kommst du mit, alle loadout. Habt ihr alle Ghost? Ja, ja. Jeder hat Ghost. Habt ihr alle Drohnen? Nein, Bruder. Habt's Drohnen. Marco braucht noch Self-Revive. Marco, ich droff' ein bisschen... Warte. Ich brauch' einmal Platten. Ich kauf' einmal Self-Wiederbelebung. Ja. Äh, droff's mir ein bisschen Geld, dass ich... Jeder kauft einmal Self-Wiederbelebung. Äh, Marco braucht ein bisschen Geld für Self-Wiederbelebung. Ja. Ich verliere es da wohl. Äh, ich brauch' noch ein bisschen für Drohne. 600. Meld dich, die Zone kommt. Warte. Kommst, gehen wir. Marco, kauf' die Self-Wiederbelebung. Und einer gibt mir noch 600. Ich mach' eine Drohne jetzt an. Kommst, ich aktivier' jetzt eine Drohne. Wir gehen... Pass da auf, warte. Ja, da ist einer. Noch nicht? Okay, da ist einer. Aber die sind unter uns, die sind unter uns. Alles gut, die sind alle unter uns. Kommst hier links mit, die sind alle unter uns. Setz' dir den Marker. Wenn der unten ist, dann sind die alle unter uns. Aber ein Typ ist hier oben. Und noch nicht, noch nicht... Wir sind hier in der Zone. Nicht schießen. Nicht schießen. Aufpassen. Wir sind hier noch in der Zone. Wir haben perfekte Zonen. Okay, da unten ist. Da unten ist. Da unten ist. Ich hab' ihn gesehen. Da ist da unten. Wo ist er? Da unten ist. Da unten ist oder wo? Bin unterwegs! Wenn ihr... Bei der Desk... Linke Seite ist auch einer. Passt auf. Hat einer Klauster-Strike oder so? Scheiße, Bruder. Ich geh' kaufen, Mann. Achso. Warte, nein, nein, nein. Wird sie kommen. Wird sie kommen. Einer tot. Einer tot. Warte jetzt, Leute. Habt ihr noch alle eine Drohne, oder? Nein, ich hab einen aktiviert. Aktiviert's, aktiviert's. Aktiviert's. Warte, warte. Chill, chill. Ich hab' noch eine. Die müssen wir uns aufheben. Die ist hinter Klauster-Strike. Warte, später. Einer muss noch unter uns sein. Er läuft hier. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot, er ist tot, Bruder. Er ist tot. Passt. Das Problem ist, wir müssen jetzt Deckung suchen. Da oben ist weh, da oben ist weh, da oben ist weh, da oben ist weh, da oben ist weh. Alles gut, alles gut, alles gut. Die müssen auch springen. Sie müssen auch... Aber sie müssen ein bisschen später als wir springen. Sie müssen schauen, dass wir sie töten. Hat jemand für Bazooka Munition? Gimtiewicki. Hast du noch eine? Ja, drei Stück, drei Stück. Ja, hier. Ja. Bruder, Leute, wir müssen, okay. Wir müssen dorthin, hinter, oder hinter dieser Stein, okay? Okay. Wir fliegen jetzt, wir fliegen jetzt. Alle, komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Mach Drohne jetzt auch. Ey, das ist nicht die Zone, Bruder. Mach Drohne, mach Drohne. Oh ja, wir sind in der Zone, Bruder. Es sind nur noch zehn, du kannst das schaffen. Okay, einer ist noch rechts von uns. Er fliegt hinter uns, er fliegt hinter uns, der Tim. Okay, er ist tot. Schön. Links von uns ist einer. Ganz safe spielen, safe spielen, Leute. Schau mal, was der hinten noch hat. Vielleicht hat er noch eine Drohne. Cluster Schlag, oder? Jetzt. Ich sterbe. Marco, Marco, Cluster Schlag. Nach hoher oder nach hinten. Warte, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, Marco, noch nicht. Erst wenn wir Gegner sind. Rechts von uns, hier. Einen Tod, einen Tod, einen Tod. Leute, nur noch zwei Gegner. Wir haben wieder gewonnen. Wir haben wieder gewonnen. Zwei Gegner, zwei Gegner. Zwei Gegner, Bruder. Marco, Cluster Schlag. Jetzt. Einfach Cluster Schlag rein. Warte, die sehen wir ja noch nicht. Wir sind. Egal, Bruder. Die werden rein. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Ja, wir sind hier, Bruder. Mach Cluster. Einer Schild direkt. Mach Cluster. Genau dorthin. Einer hat mich, aber er ist low. Toll mich wieder. Einer ist links. Einer ist weiter links. Einer ist weiter links. Danke, Marco. Bruder, Papa, Team nach. Ich muss sagen, Mann. Ich hab ihn sehr schwarz gemacht. Ich hab ihn sehr schwarz gemacht. Er ist links von mir. Da links von mir, links von mir, links von mir. Bin unter links. Er ist, er ist low. Er ist ganz low. Sie schießt nach mich. Bruder, es sind nur zwei Gegner. Die müssen das gewinnen. Scheiße! Shield break. Sie müssen das gewinnen, Leute. Heiz euch. Heiz euch, heiz euch. Einer noch, ja. Da hinten ist er. Er ist fast tot. Ich hab ihn sehr kaputt gemacht. Er hat gewonnen, gewonnen, Buchen. Was hab ich euch gesagt, Bruder? Was hab ich euch gesagt, Bruder? Was hab ich euch gesagt, Bruder? Bruder, bist du deppert, Mann? Prison is prison. Bruder, Papa! Boah! Ich muss schon mal die erste Runde... Ich muss auch... Ich muss auch pissen, aber ich muss kurz filmen. Bruder, zweimal in Folge, Mann. Wer ist King, Mann? Bruder, was hast du... Leute, ihr habt null Films, Bruder. Was ist... Was ist passiert, Bruder? Warte, warte. Ich muss mich noch einmal filmen, Bruder. Jetzt... Sehr schön. Der Bushel! Der Bushel! Alle haben für kochentert, Mann. Der Bushel! Der Bushel! Gochent! Brook Kyler! Ich bin Killer, Mann. Bruder, be-derentee Team, Mann, wir sollten jetzt... so lange spielen, bis wir Zweiter werden, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020